Hallo, zurück meine lieben Leute, ich bin's, euer Otto, und wir sind zurück bei Sam & Max. Wir haben das letzte Mal einige Dinge schon gefunden. Unser Auftrag ist klar, wir sollen einen Bigfoot finden, der aus dem Karneval abgehauen ist. Schauen wir mal. Gone of Tragedy. Gone of Tragedy. If I didn't know that this guy was a highly skilled professional, I'd be very afraid. Gut. Sprechen wir mal. Wir nehmen immer die Ente zuerst. Wir fragen zuerst nach dem Kings. Okay, im Tunnel of Love. Wir haben eine Idee, was passiert mit Trixie? Trixie, die Giraffe-Gurl von Scranton? No, Trixie, die Talkative-Poodle. Sie ist mein bester Kuss. Sie hat die Kone von Tragedy für Stunden auf Ende. Ich liebe die, wie ihr necktie ist, wenn ich es zurückgehebt, wenn ich es zurückgehebt. Ihr Satism ist ein Kredit für Ihre Profession. Ihr Satism ist ein Kredit für Ihre Profession. Ihr Satism ist ein Kone von Tragedy. Das ist richtig, wir haben unsere Wille, um zu leben. Ich muss nicht, aber was zur Hölle. Ihr zwei seht wie ein paar kräftig, nicht-lütige Mammel. Straft dich selbst in, und ich werde die Kone aufnehmen. Okay. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Okay. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Okay Geh weiter Ah ja, hier geht's wirklich weiter Ah, ich hab den Tunnel of Love gefunden Ich denke, das ist der proverbial ugly Swan, der ein schönes Zeug war. Können wir das verwenden? Oh, wir können es versuchen. Wir brauchen einen Freepass. Hey, was ist mit meiner beruflich verpackt? Ahhhh Ahhhh Wir haben das Zeug da drüben vergessen, verloren. Hey, Tattoo Boy! Was? Wo ging all meine coolen Junk? Es musste aus deinem Kuchen fallen, während du auf dem Rennen war. Hier ist ein Klamm-Ticket. Geh es zu den verloren und verloren. Ich jetzt? Und wo ist das Lost and Found? Es ist in diese Richtung. Nein. Ich will in die Richtung weiter gehen. Vorhin bin ich da auch durchgekommen. Max, geh weg. Wieso gehe ich jetzt? Danke. Gehen wir in die Richtung weiter. Ah, wir sind da wieder. Mal schauen, ob es in die Richtung geht. Mal schauen, ob es in die Richtung geht. Mal schauen, ob es in die Richtung geht. Ja. Ja. Ich bin der Mensch. Ich bin der Mensch. Ich bin der Mensch. Also, auf jeden Fall. Ich bin der Mensch. Und der Mensch ist der Mensch. Ich bin der Mensch. Wo war ich? Er war in einem Block von Eis! Okay. Du bist vollkommen unbrauchbar! Ah, da. Und. Okay. All yours! I feel whole again. Okay. Das fand ich vorher nicht. Oh! Oh! Offensichtlich ist irgendjemand in den World of Fish gefahren. Ich sehe... Ich habe nicht sicher. Ich habe eine Schlechtelmeter. Ich habe mich wiederum über die Zeit, die von dieser schweizenden Laufel entfernt wurden. Okay. Das ist nicht so. Ich glaube nicht, dass ich den psychonische Strecke brauchen muss, um die Belle zu öffnen. Ich glaube nicht. Das ist so. Ich weiß nicht. hey max what can you ring that bell sure you're my hero little buddy normal what can you ring that bell sure you're my hero little buddy aaaaaaah I see Okay, da geht's auch durch. Jetzt können wir aber rein. In den Tunnel of Love. I can't use that from here. Better to reign in hell than to serve in heaven. Milton. Heaven is a place where nothing ever happens. Wow, a loving recreation in that Evelyn Morrison classic, Revenge of the Gill Guy. You really should get out more, Sam. I can't talk to that. I can't use that from here. I can't use these things together. Hello? Just another random acts of violence. I can't talk to that. I can't talk to that. I can't talk to that. Okay. Irgendwas muss mit dem tärsen. Well, das war lustig. Mein kleines Körper ist mit Swan-Pimbeln gefüllt. Ich... Mal schauen, ob wir es jetzt irgendwie zustande kriegen. Ich kann nicht sprechen. Ich kann das von hier benutzen. Okay. Man kann das benutzen. Aber wie? Können wir aussteigen? Offensichtlich nicht. Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir das tun sollten. Kann man mir sagen, wie? Ich bin ein Kaffee-Achiefer, Sam. Ich weiß, wo Bruno ist. Ich weiß, wo ich bin, Sam. Ich weiß, wo Trixie ist. Ich weiß, wo Trixie ist. Ich schade, zu denken, dass die indignität sie in der Hand von dieser Brü-Bruno. Ich bin Angst, dass dieser Konroy-Bumpus-Karaktere. Keine Worte, Sam. Wir machen auf den Boden mit dem Kaffee. Was müssen wir jetzt machen? Lass uns Bruno und Trixie finden und einen gartigen Rewarden holen. Danke für diese Information. Ja, das ist alles. Okay, nochmal. Mal. 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 Ich frage mich gerade. Ob wir... Ich muss schnell sein. Ich muss schnell sein. Reden? Hm. Also nochmal. Ah! Noch ein viertes Mal durch. Ach, das könnte länger dauern. Für Menschen, die unfähig sind wie mich. Ja, ich auch, aber... Hm. Hm. So, was war es jetzt, das wir noch nicht gemacht haben? Anschauen. Nein, sprechen. Ob wir sprechen können damit? Ich kann das nicht sprechen. Ich kann nicht diese Dinge zusammen nutzen. Ich kann nicht darüber sprechen. Ich denke, diese Rheide ist ein wilder Geus. Es ist ein Schwein, Sam. Ich denke, wir müssen einfach die Rheide stoppen. Danke für diesen Hinweis. Okay, wir müssen also das Ding stoppen. Das heißt, wir müssen irgendwas mit dem Ding machen. Vielleicht muss ich Sam mit dem Schwan... Ah, das klingt gut. Ich kann nicht diese Dinge zusammen... Ich kann nicht diese Dinge zusammen... Es ist Max. Es ist unser Tunnel von Liebe. Ich kann nicht diese Dinge zusammen... 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 Wir reagieren mehr ruhig zu negatives Opinion polls... Okay, nochmal... Wir müssen einfach alles ausprobieren... Ich kann nicht diese Dinge zusammen... Ich kann nicht diese Dinge zusammen... Ich kann nicht diese Dinge zusammen... Ich kann nicht die Dinge zusammen... Möglicherweise brauche ich noch die Light Bulb dafür... Mit der Light Bulb könnte ich die zwei aufschrecken... Hmm... 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 Gute Frage... Frage ans Publikum, was soll ich tun? Okay... Let's move in this direction... See... We can see... We can find something we've never found... ... I dated once a Siamese Twin-Poodle. I think this would be twice, Sam. What can I do for you? Nein, da kommt nichts Neues. Nicht? Was ist das? Ein mutateter Seamonke. Können wir nicht benutzen. Okay. Ähm... Gut, da nicht. Gut, da nicht. Just another rip-off Kearney game. It's a fishbowl magnifying lens. My head's already shaped like a fishbowl. Uuuuuh. I can't use these things together. I can't use these things together. I can't use these things together. It's a perschluggener magnifying lens. Also eine... Eine klinge... Eine lubekarte. It's a crummy flashlight with no lightbulb. I can't use these things together. I can't use these things together. Ich könnte mir vorstellen, dass das da wichtig ist. Aber gut. Soll sein. Kann man in die Richtung weiter gehen? Immerhin gibt's da ein Kabel. Schaut nicht so aus. Kabel. Und da geht's nach... Dort hinten. Ich kann noch nicht über deine unglaubliche Grotesktheit. Hast du etwas verloren? Ich glaube nicht. Wenn du nichts verloren hast, dann... Geh aus dem Lottens-Fountain! Okay. 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 Ahhhhhhh. Nein. Weird. Creepy! Vielleicht können wir ihn auch gar nicht zum... zum... ähm... Vielleicht kommen wir gar nicht jetzt rein. Weil... wir... noch nicht den Lightbulb haben. Aber wir haben ja jetzt diesen... Ort. Vielleicht kriegen wir dort einen Lightbulb. Das könnten wir tatsächlich ausprobieren. World of Fish. Okay. Okay. Das schaut... World of Fish. Fish Fee. Okay. Und... Bait. Ich höre ein distantes Rumbling. Wir sollten das gedacht haben, bevor wir gehen. Okay. Und dann holt jemand die Fischer. Dann holt jemand die Fischer. Okay. Okay. Was ist das? Ja was... Was ist das? Okay, ich spreche mir mal mit ihm. Okay, find mir nach dem Helikopter mal. Ooooooooh. How sad. I know. It's like being stuck in a Norman Mailer novel. Have you seen Conroy Bumpus? No. I try not to live in the country in New York. When I do, I usually have an uncontrollable desire to drink a lot of beer and do illegal things to farm animals. You too? What do you know about Bigfoots? My great-aunt Lois married a Bigfoot. He used to shed all over Grandma Phyllis' upholstery. Okay. Oh, how are they biting? Oh, they biting pretty well. In the last hour they bitten an arm, two fingers and my nose. If they bite any better, I'll need reconstructive surgery. You must really love fish. Actually, I'm allergic to them. Then why do you work here? Because I'm more allergic to poverty. Oh. Keine schlechte Antwort. Don't move. That's a large fiberglass fish. That's a large fiberglass fish. Okay. Max. Climb on this fish. You first. Hey, Max. Hey, Max. Come here. Hey, Max. Come here. Let's go. Let's go. Well done. Let's go. Please get started. Also, let's go. Oder ist das da aus? Ah, können wir auch einen Fisch nehmen? Ah, okay. Vielleicht können wir die Fische nicht mitnehmen, schade. Okay, können wir den Slimey Bucket of Fisch nehmen? Wir können. Okay, offensichtlich können wir sie nicht mit den Dingen, die wir schon haben. Na dann, fahren wir wieder. Ähm, für heute mache ich allerdings Schluss. So, so. Wir öften. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir fahren als nächstes hierher. Zu der Wolle. World's largest ball of twine. Oh Gott. Was für irre Attraktionen. Ein riesen Fisch. Und jetzt das? Okay. Na gut. Herrschaften, wie schon gesagt, ich mache Schluss für heute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.